hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen infovideos erstens es werden jetzt jeden tag wieder videos kommen ein bis zwei und wenn der farming simulator 2019 heraus ist wird es zwei bis drei videos geben am tag ein multiplayer das kann ich euch jetzt schon versprechen und zwei single player das weiß ich noch nicht welche karten die ich bin werde und weiteres bietet bewertet meine videos gibt einen daumen nach oben da schreibt einen netten kommentar ja haut rein bis zum nächsten mal ciao